Es ist eine Spurensuche in Trümmern. Gesucht werden Hinweise darauf, wie aus drei jungen Menschen eine Neonazi-Terrorzelle werden kann. Wie sie jahrelang unbemerkt morden können. Warum Polizei und Geheimdienste jahrelang wegschauen. Aus Versehen oder bewusst. Auch Böhnhardt, Mundlos und Schäpe sind mit Sicherheit nicht als Rechtsextremisten oder gar Rechtsterroristen geboren worden. Sondern sie haben sich in einem bestimmten Umfeld dazu radikalisieren können. Und das Umfeld war insbesondere in den 90er Jahren in Ostdeutschland, in einer Zeit, in der man eher weggeschaut hat, was Rechtsextremismus betrifft. In der man Probleme eher verschwiegen hat und in der man nicht interveniert hat. Es ist eine Spurensuche in Akten. Unterlagen aus 15 Jahren und 36 Sicherheitsbehörden. Sie findet statt im Parlament durch einen Untersuchungsausschuss. Abgeordnete aus Regierung und Opposition gehen gemeinsam der Frage nach, wie konnte das geschehen. 50 Mal haben die Abgeordneten inzwischen getagt, fast immer öffentlich. Es gibt nur nichts weniger als das ganze System aus Polizei und Nachrichtendiensten. Wie gut oder besser, wie schlecht sie zusammengearbeitet haben. Wir haben bisher keinen Amtsträger erlebt als Zeugen, von dem man hätte sagen können, ihre Arbeit war gut. Sie haben das fehlerlos gemacht. Das ist ein Totalversagen unserer Sicherheitsbehörden. Und in dem Ausmaß war das nicht zu erwarten. Das Totalversagen. Beate Zschäppe, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt. Drei junge Menschen aus Jena im ostdeutschen Thüringen. Alle drei sind Teil der Neonazi-Szene, gehören zum militanten Kern. 1998 durchsucht die Polizei eine von Beate Zschäppe gemietete Garage, findet eine Werkstatt für den Bau von Bomben. Trotzdem wird Zschäppe nicht festgenommen. Genauso wenig Mundlos und Böhnhardt. Sie tauchen ab, werden zum nationalsozialistischen Untergrund NSU. In den nächsten 13 Jahren ermorden sie 10 Menschen, verüben 2 Sprengstoffanschläge und 14 Banküberfälle. Fast immer sind ihre Opfer Immigranten. Und immer ermittelt die Polizei ohne Erfolg, sucht die Täter im Ausländermilieu. Mich hat am meisten betroffen gemacht, dass mir viele der Angehörigen der Mordopfer gesagt haben, sie hätten über Jahre hinweg das Gefühl gehabt, die seien gleich doppelt zum Opfer geworden. Einmal, weil sie einen nahen Angehörigen verloren haben, aber zum anderen, weil sie über Jahre hinweg von der Polizei unter Verdacht gestellt worden sind, sie könnten etwas mit dem Tod dieses Angehörigen zu tun haben. Dabei hatte der Staat so viele Möglichkeiten, die Warentäter zu finden. V-Leute zum Beispiel, Verbindungsleute aus der Szene, die gegen Geld Informationen liefern. Oft nicht nur Mitläufer, sondern Redelsführer, die Kontakt zum NSU-Trio hatten. Informationen haben auch sie nicht geliefert. Wir haben hier erlebt, dass V-Leute angeworben oder übernommen wurden, die quasi direkt aus dem Gefängnis kamen, die schwere Straftaten begangen hatten. Also da zu glauben, dass solche Personen, die schon eine kriminelle Vorgeschichte haben, mir seriös Informationen dazukommen lassen, das halte ich einigermaßen für naiv. Wir brauchen regelrecht ein V-Mann-Gesetz, in dem steht, wer V-Mann werden darf, wer nicht, in welchem Verhältnis er zum Staat ist, wann er abzuschalten ist, dass er keine Straftaten begehen darf. Das Vertrauen in den Staat ist erschüttert. Es wiederherzustellen, sei jetzt die eigentliche Aufgabe. So sieht es jedenfalls das Staatsoberhaupt. Bundespräsident Gau. Der Empfang des Untersuchungsausschusses bei ihm eine Premiere. Er unterstreicht, wie sehr der Neonazi-Terror Deutschland getroffen hat. Ich möchte gerne, dass die Sicherheitsorgane dieses Landes, egal ob sie auf der Ebene des Bundes oder der Länder arbeiten, wirklich imstande sind, Schutz und Sicherheit aller Bürger, die hier leben, zu garantieren. Das ist eine Pause von fast zweieinhalb Jahren. Warum endet die Serie 2007? Und, und, und. Solange diese Fragen nicht beantwortet sind, wird es natürlich immer auch ein Interesse geben an Abläufen. Und solange werden wir, vermute ich, immer auch noch auf Punkte stoßen, wo man sagt, kann das sein, was lief da falsch? Seit einem Jahr versucht der Untersuchungsausschuss vor allem eines, öffentlich das Versagen des Staates zu verhandeln. Und so etwas vom verlorengegangenen Vertrauen zurückzugewinnen.